moin leute und herzlich willkommen zu diesem video heute zeige ich euch zwei runden vom neuen modus da könnt ihr aufgaben fertig machen und rucksack freischalten freischalten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt und bis zum nächsten Video.